Wie gut, dass die Pilgerschar in der Basilika walte, als das hier passierte. Sittenverfall bei der Frauen-WM. Josefine Oeqvist, eine Schwedin, lässt sich zum Trikottausch verleiten. Hallo? Sind ja wohl noch Kinder im Stadion? Und jetzt auch noch küssen? Das wird ja immer schöner. Wir fragen, wo bleibt da der Anstand? Was denn für eine Frage? Skandal! Jetzt reicht's aber. Das war's von denen. Händen-Splittern!